Olaf! 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 Bitte! Ein schönes Foto! Herr Stein! Herr Stein! Herr Stein! Linda! Linda! Hallo! 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 Wir haben noch mal eine halbe Zeit nachgebunden. Das ist alles zu Hause. Alles Gute! Wir haben noch mal eine halbe Zeit nachgebunden. Da steht noch alles. Wir haben extra noch mal nachgekommen. Schaut ihr dreimal alle zusammen hoch? Ja! Ja! Das ist gerade noch am Schreiben. Das ist schon, ob Linda auch ihren Namen schreiben kann mittlerweile. Ja! Ich habe sogar mein Album. Da ist ein Poster drin. Das ist ja fast ein Lebensgefühl. Voll, ne? Hab ich schon! Hadi! Hadi Willen! Danke! Hau mal hin! Hau mal hin! Na klar! Linda! Ja gerne! Kein Problem! Sehr gerne! Drei Stück sind gut. Nochmal! Nochmal! Einstehen! Hey! Hey! Ja! 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 Das ist richtig! Ah ja, na eben! Ach da! Jungs, ich habe ganz große Anerkennung gehabt. Dankeschön! Viel Spaß! Ich bin Ihnen in der Schere zum Obster gefallen. Was ist das? Andreas? Da wird gerechnet, dass hier so ein Aufmarsch ist. Schlecht, oder? Schlecht vorbereitet. Herr Brani, können wir uns schon mitten dazugehen? Herr Kindermann wird gleich an Sie übergeben. Vielen Dank, Andreas! Danke! Rucksack hin! Herr Kuschinski! Herr Kuschinski! Herr Kuschinski! Ja, das sieht man direkt an. Herr Kuschinski! Scheiß die Mannschaft! Herr Kuschinski! Herr Kuschinski! Herr Kuschinski! Herr Kuschinski! Saul Kuschinski! Das hat doch mitgemachtsam! Ja, klar. Ja! Oh, was hat denn ihr Denen? Ne? Können Sie einmal herschauen, bitte, zu mir? Bitte und einem Lächel? To kom Holmes! Ja, danke, Raphael! Herr Kuschinski! Aber keine Aufgangschaft. Leider nicht. Wer hat denn hier, Wolfgang, wirklich für die Henne gevotet? Hat hier jemand wirklich angerufen bei dir eine? Ja. Ja? Ja? Echt so mit Briefmarken. Auch? So kann man mit Briefmarken? Wie schlecht. Ich hab auch hier Internet und so. Und, äh, ist der Junge die Große? Grüß Gott. Ah! Dein Grunde, nein. Bitte. Ach, cool. Jawohl. Der hat die völlig überhabe. Alles andere. Es ist blöde, nicht blöde. Es schlankt. Genau, das ist er. Das ist er. Das wäre ungesund. Aber auch, ja. Das wäre ungesund. Das letzte Mal hab ich schon deinen Fernsehpreis in Köln gesehen. Ich hab schon einen. Ah! Warst du? Arsch! Ja, ja, ja. Ja, ja. Schönen wir doch mal? Ich bin alle nach Freundschaften. Wer darf noch mal? Wer brauche. Ja, sehr gerne, ja. Sagen wir euch mal an, wir sind lange noch mal an. Ach. Ja, das sind ja auch schon, ja. Wir haben jetzt auch ganz viele Nachrichten. Für? André? Für? Den kennt man doch oft hier hinten. Gerne! Schön! Finde ich ganz toll! Börderfoto! Achso! Ja! Börder! Dankeschön! Dankeschön! Das ist der Koch! Ich glaube, er kocht echt! Bitte! Ein Kärtchen! Sie sind doch der Koch, oder? Genau, ja! Die haben die Herdanziehungskraft, das finde ich gut! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Ja! Ja, gerne! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Bitte schön! Sehr gerne! Vielen lieben Ball! Vielen lieben Ball! Sehr gerne! Das Glippi ist hier! Glippi, die Zange! Die Zange? Ja! Glippi! Hinten! 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 Glippi! 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 Ja, ich weiß! Ja, klar! Hallo! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Tim roots! Hinten! Hinten! proper fats! Hinten! Segen noch nicht! Hinten! 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 Ja, ja, ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da gewöhnt, ne? Ja, aber... Letzte Woche waren wir noch in Krön. Heute wieder... Ja, Schatz. Ja, Schatz. Ja, Mai, seid ihr alle von Shopping Green? Ja. Danke schön. Viel Spaß. Danke euch auch. Danke. 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 Danke.